Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Hallo und herzlich willkommen zum Sondergelagerten-Spezial-Podcast, weil heute ist eine besondere Folge. Wir begrüßen zu dieser Geburtstagsfolge unseren Ehrengast Hannes zuerst. Hallo! Und wir sind heute nur Sebastian. Servus, aber nur Sebastian klingt ja als, das ist ja übel. Hi, ich bin nur Sebastian. Ja, aber ich habe mich als Esel diesmal nicht zuerst genannt. Und ich bin der Olaf, hi. Ich finde es voll schön, dass ihr in meiner Geburtstagsfolge meinen Wunsch erfüllt habt, dass Tom nicht dabei ist. Ja, ne? Das haben wir sehr gerne gemacht. Das fiel uns nicht so leicht, wollte ich sagen. Ach, dieser freut sich schon wieder. Nee, Hannes, dein Geburtstag ist heute. Dein alter Ego, Dr. Knobel, hat heute Urlaub. Dementsprechend genießen wir heute mit dir zusammen diese Adventskalender-Folgenbesprechung von einer neuen Folge von Die Drei. Welche Folge ist es, Hannes? Die Pforte zum Jenseits. Oh, nicht die Pforte, ne? Dünn-Dünn-Dünn-Dünn-Zwei. Nein, nur eine Pforte. Nur eine Pforte, ne? Ja, nur eine Pforte. Ich hätte sie auch gut gefunden, hätte sie der Wink mit dem Zaunfall hießen. Ja. Okay, erzählt wird sie von André Minninger. Buch gibt es natürlich keins dazu. Kommt ja aus Rechtsstreitszeiten. Erschienen ist die Folge 2006 und Regie hat Heike Diener-Körting geführt. Richtig, genau. Sollen wir was zur Musik und Redaktion sagen, der Vollständigkeit halber? Können wir machen, aber lass uns erst einmal, ist es denn eine Geschichte, die André Minninger so aus der Schublade rausgezogen hat? Hat er gesagt, ich habe hier eigentlich eine Drei-Frage-Zeichen-Folge, aber die können wir jetzt umschreiben auf die drei, oder? Da fragst du mich was. Würde ich schon sagen. Die ist, bis auf die Rahmenhandlung, sehr Drei-Frage-Zeichen-mäßig. Also wenn man den Klischee-Koeffizienten, den wir dann am Ende ja haben, mal zu Rate zieht, dann könnte man schon sagen, dass sie Drei-Frage-Zeichen-typisch ist. Bis auf eben diese Klammer drumherum, finde ich. Also wir hatten jetzt schon öfter mal eine alte Villa und wir hatten auch schon öfter mal Hypnose. Und im Endeffekt ist es ja so eine Mischung aus beidem, würde ich sagen. Also du hast halt dieses, du hast jetzt keine alte Villa, sondern es ist halt ein Bungalow, aber du hast auch wieder so einen verschrobenen Typen und du hast auch wieder irgendwas mit, ja auch nicht Hypnose, aber sowas ähnlichem. Also ja. Aber das ist so irgendwie außergewöhnliche Bewusstseinszustände, das ist ja irgendwie so ein Steckenpferd von André Minninger, fühlt sich so auf jeden Fall in dieser Folge gerade so an, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gar nicht so ein großer Fan von diesen, von allen Episoden in allen Serien gibt's ja immer mal so eine Drogenfolge, ne? Wo die Leute, ne, so eine Trippy-Folge. Also zum Beispiel bei, bei Simpsons ist es halt Homers merkwürdige Chili-Trip. Bei Breaking Bad ist es die Folge, diese Kafka-eske Folge. Es gibt halt immer so Folgen, wo ich mir denke, hä? Hä? Warum hast du das jetzt gemacht? Also. Ja, weil sie keine Musical-Folge gemacht haben wahrscheinlich. Ganz ehrlich, Scrubs, eine der besten Folgen ist tatsächlich die Musical-Folge. Weil die Lieder einfach alle Knaller sind. Hatten wir uns zum Beispiel, ist noch gar nicht so lange her, darüber unterhalten. Ich finde ja auch die Buffy-Musical-Folge finde ich ganz toll. Ja, die, da kann ich nichts dazu sagen. Ja, es ist halt alles mit Ironie, also Selbstironie passiert das Ganze und das ist halt dann schon einer loben wert. Um nochmal auf den Herr Minninger einzugehen. Dadurch, dass er halt mit der Stimmen aus dem Nichts und gar aus dem Jenseits die ganze Reihe mit Clarissa Franklin hat, ist halt schon ein Viertel, also der hat ja zwölf Folgen gemacht, ein Viertel mit so Hypnose. Das sind ja drei Folgen. Ja, das wurde richtig. Das heißt, das schlägt dann schon durch und der Mann ohne Kopf, da geht es ja auch zumindest teilweise um einen Drogentrip. Aber gut, dass du es ansprichst, ne? Also sie heißt ja Dorothy Winter. Ich vermute, dass das eine Anspielung auf Judy Winter ist, die ja in dem Fall Clarissa Franklin spielt. Ist es eigentlich der verschollene dritte Fall von Clarissa Franklin? Hätte es also in dem Fall auch Dorothy sein können? Also hätte das Clarissa Franklin sein können? Ähm, nein, weil dann hätte Justus sie im Spiel zugeladen erkannt. Aber wollen wir mal mit der Vorlesprächung anfangen? Aber sie hat ihr Haare gefärbt und so weiter. Aber er hat sie in dem Supermarkt sofort erkannt. Aber ja, wir sollten mit der Folge mal anfangen. Wir gehen mal die Sprecher durch. Natürlich wieder die üblichen drei Verdächtigen, die jetzt halt leicht anders genannt werden, nämlich Jupiter Jones, Pete Crenshaw und Bob Andrews. Übrigens Pete Crenshaw, der nirgendwo Pete genannt wird, im ganzen Hörspiel nicht, oder? Oder ist mir das nicht aufgefallen? Nee, der heißt einfach Peter die ganze Zeit. Ja, die ganze Zeit, oder? Ja, aber es steht ja auch so im Booklet drin. Ja, aber in der Wiki ist er als Pete Crenshaw aufgeführt. Ja, dann haben wir natürlich noch den unsterblichen Wolfgang Fels, Captain Blaubeer, Onkel Ben als Sylvester Maisel. Uhz Richter als Mr. Hendrik, den ich einfach super fand. So eine ganz, ganz kleine Rolle nur, aber hat Spaß gemacht wieder mal. Und Holger Mahlich als Inspektor Milton natürlich. Und die Kassiererin ist, Olaf, da ist uns das Herz aufgegangen, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber wieder auch nur so ein Quickie. Genau, Eni van de Maiklockjes ist natürlich auch wieder mit dabei. Hat mich sehr gefreut. Die Supermarktdurchsage ist mir gar nicht aufgefallen. Die ist mir auch nicht aufgefallen. Das ist André Minninger. Das habe ich dann ganz zum Schluss, als ich das durchgegangen bin, habe ich das gesehen. Da hatte ich leider keine Zeit mehr, das nochmal zu überprüfen. Aber ich glaube es jetzt einfach mal. Die werden schon recht haben. Aber war, ist mir nicht aufgefallen. Hast du da was gesehen oder was gehört, Olaf? Gesehen. Gesehen sicher nicht. Nee, ich habe es auch nicht bewusst wahrgenommen. Es sind diese Hintergrundgeräusche irgendwie, die sich dann so zusammenblenden. Ja, das ist wie Professor Braun, oder Professor Braun heißt er ja, Braun Deutsch gesprochen. Und nee, das höre ich einfach nicht. Also durch unseren Podcast höre ich solche Sachen jetzt eher als früher. Das ist mir ja auch beim Sprechen im Totenkopf, da gibt es auch einige Szenen, die davor kamen, die mir auch irgendwie erst beim fünften Mal aufgefallen sind. Wo ich dann wirklich nur auf die Hintergrundgeräusche geachtet habe. Aber das haben wir ja schon besprochen. Da haben wir schon drüber geredet, genau. Halt, jetzt nur einhaken, weil ist ja eine Sonderfolge. Aber trotzdem würde ich gerne meinen, was habt ihr gehört anbringen, weil ich mal was habe. Ja, sehr gerne. Und dann möchte ich auch meine Screentine nutzen. Die Dreadnoughts haben ein neues Album, das heißt Into the North. Und das ist total toll. Das ist ein Album mit lauter Shanties. Also so Polk-Punk-Shanties. Also wer sind denn die Dreadnoughts? Eine kanadische Folk-Punk-Band. So, ich werde natürlich in alter Manier ein paar Auswahllieder verlinken in unsere Playlist. Da kann der Hannes mir dann noch ein paar Titel nennen. Ja, die kann ich ja gleich sagen. Nämlich Jolie Rouge, Roll North Umbria und Dear Old Stan. Okay, ähm. Sehr gut, das wollte ich einfach mal in die Welt hinaus versauen. Eine Menge von Shanties, ich muss jetzt so an Santiago denken, dass die jetzt auch gerade ein Unplugged-Album aufnehmen. Die sind cooler. Also die Dreadnoughts sind cooler. Die haben, die sind echt, da habe ich sehr gefreut, dass dieses neue Album rausgekommen ist. Aber ist doch so, Santiago nimmt jetzt MTV Unplugged auf. Das bedeutet doch, dass sie auch cool sind, oder? Das ist so ein schweres Thema. Na, wir blenden jetzt einfach die Diskussion raus. Ich würde sagen, da könnten wir eigentlich schon ausfaden. Schweres Thema. Wir blenden die Diskussion jetzt aus. Wenn wir jetzt mit dem Cast und mit dem, was hast du so gehört, durch sind, fehlt dir eigentlich noch der Klappentext. Das ist richtig. Oder haben wir jetzt noch einige Gespräche offen? Nee, also es sind natürlich noch kleinere Rollen dabei. Also Dorothy Winter wird gesprochen von Doris Kunstmann. Das ist jetzt keine super kleine Rolle, aber auch keine sehr große Rolle. Und Inspektor Tomlin wird von Klaus Dittmann gesprochen. Und dann haben wir noch einen Mr. X, das ist Dirk Eichhorn. Und Tao wird gesprochen von Tilman Madaus. Mr. X, Scotland Yard, wer hat das damals nicht gespielt? Ich finde ja diesen Decknamen Mr. X, finde ich ja immer doof. Also außer bei Scotland Yard, finde ich den immer doof, weil er halt, ich weiß nicht, er ist immer so überkandidelt, oder? Und so unkreativ. Wer ist denn halt Mr. Y? Wie hieß denn der, der Fox Mulder Informationen gegeben hat? Der musste doch auch immer nur ein X an die Scheibe zeichnen. War das auch Mr. X eigentlich? Bestimmt. Ihr seid nicht im Thema. Nee, wir haben Akte X nie geguckt. Ich habe mir schon achtmal vorgenommen, mal Akte X zu schauen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Ist halt 90er Jahre pur, so, ne? Aber hat seine Momente. Also es gibt einen schönen Metaplot, dass sie den so richtig zu Ende erzählt haben. Ist halt ein bisschen schade. Der wurde aber auch immer verworrener. Und die Neuauflage mit der neuen Stimme von David Duchovny, das ging halt auch gar nicht mehr. Aber Akte X war schon nett. Fox Mulder hatte immer so Verschwörungssachen gehabt und da hat er immer ein X an die Scheibe gemalt und dann kam der Informant und hat ihm irgendwie Tipps gegeben. Die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Richtig. Deswegen bin ich hier dran. I want to believe. Genau. Okay. Apropos. I want to believe in the Klappentext. Hau raus. Handelt es sich bei dem alten Sylvester Meisel nur um einen jung gebliebenen Greis, dem die Fantasie einen Streich spielt? Oder wird er tatsächlich von einem unsichtbaren Gastheim gesucht? Als Meisels nächtliche Albträume tagsüber zur Realität werden, wendet er sich hilfesuchend an das Detektivunternehmen Die Drei. Jupiter, Pete und Bob kommen ziemlich schnell zu der Erkenntnis, dass Meisels Schilderungen jeder Logik entbehren. Aber als auch Peters Angstträume Wirklichkeit werden, beginnen die Jungs zu ermitteln. Vor ihren Augen öffnet sich die Pforte zum Jenseits. Da würde ich gleich mal einhaken wollen. Wo werden denn Peters Träume wahr? Nirgends. Dann wäre ja Jube tot. Ja. Also der Klappentext lügt ja mal am Ende so richtig. Ich musste... Und Spoiler, ist der alte Greis Sylvester Meisel nur ein erwachsenes Kind? Spoiler, nein. Aber auch. Aber auch. Ich musste bei dem letzten Satz vor ihren Augen öffnet sich die Pforte zum Jenseits. Das habe ich... Ich höre das immer in diesem Jan-Tenner-Tenor. In diesem... Vor ihren Augen öffnet sich die Pforte zum Jenseits. Die Pforte zum Jenseits. Erleben Sie. Das war immer so... Ich weiß nicht. Jedes Mal, wenn der Titel in der Folge genannt wird, dann höre ich das immer mit diesem Jan-Tenner-Ding. Na, egal. Jetzt kann ich es auch nicht mehr enthören. Ach, das ist ein wunderschönes Intro. Gut. Ja. Steigen wir mal ein. Und zwar, gleich in die erste Szene. Was haben wir da? Wir haben Justus im Bett liegen und Peter ruft ihn an. Was ich verwundernswert finde, ist, dass Peter ihn wirklich am ersten Ferientag um 9 Uhr aus dem Bett klingelt und dann super, super erschüttert ist, dass Jupiter noch schläft. Es ist erster Ferientag, 9 Uhr. Hannes, du erinnerst dich, wir müssen jedes Mal einen trinken, wenn wir Justus sagen anstatt Jupiter. Ich glaube, ich habe auch schon Justus gesagt, ne? Verdammt. Okay, also es wird uns, an alle Hörer, es wird uns wahrscheinlich tausendmal passieren, dass wir aus Versehen Justus sagen anstatt Jupiter und hin und her springen. Seht uns das nach. Wahrscheinlich wird es euch gar nicht so auffallen, weil uns fällt es ja auch nicht auf. Es gibt leider im Schnittprogramm kein Suchen und Ersetzen einfach so, dass ich das einfach jedes Mal mit so einer Roboterstimme überbrüllen kann. Jupiter. Fred von Jupiter, Fred von... Egal. Oh Gott. Ähm, ja. Was ich mich da gefragt habe, ist, der belöffelt den Justus ja, den, siehste? Er belöffelt den Jupiter ja die ganze Zeit, dass er jetzt aufstehen soll und das Geschenk abholen soll, wo ich mir denke, ey, Rocky Beach ist so klein, geh doch selber. Also, ich verstehe es nicht. Das habe ich nicht gecheckt. Ja. Ja, und wie sich auch Jupiter so entschuldigt, wie ich, hab nur ein bisschen zwei gelesen. Ja. Also, als wäre seine Mama sauer auf ihn. Das ist eine witzige Szene, weil die Dynamik der Drei-Frage-Zeichen überhaupt nicht in diesem Dialog rauskommt. Weil bei den Drei-Frage-Zeichen würde sich, ja, würde sich Justus nicht so von Peter rumkommandieren lassen und das Geschenk holen lassen. Der würde Peter schicken, nicht andersrum. Vermutlich, ja. Wenn den ganzen Rollen wird eh gespielt in dieser ganzen Folge. Das setzt sich ja dann auch vor. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich musste übrigens bei dieser Szene total an uns beide denken, Hannes. Da wärst du allerdings Jupiter und ich wär Peter, weil früher war es immer so, wenn wir am Wochenende oder in den Schulferien, wenn wir ausschlafen konnten, hab ich ausgeschlafen bis um acht. Hannes aber bis um elf, zwölf und ich hatte dann keinen Spielgefährten. Das war super nervig. Also hab ich mir die schlimmsten Sachen ausgedacht, um ihn zu wecken, was zur Folge hatte, dass er die ersten zwei Stunden mies gelaunt war. Aber wir haben wenigstens was gespielt, war schön. Ja, ich bin immer noch ein Nachtmensch. Also ich kann nachts sehr gut arbeiten und der Morgen liegt mir nicht so sehr. Nächste Szene, es geht zum Spielzeugladen, zu Toys R Rocky Beach. Genau. Auf dem Cover steht Rocky Beach Toys, ne? Das Cover ist nämlich auch irgendwie ein bisschen abgefahren, aber da steht, da sieht man, der Laden heißt Rocky Beach Toys. Ja, vielleicht hab ich auch einfach nicht den Zugang, aber ich find das Cover leider gar nicht mal so gut. Die ganzen Cover von den drei sind gar nicht mal so gut. Ich mag auch diesen, ja, diesen Aquarell oder wie das ist, was für ein Stil das ist, der gefällt mir eigentlich gar nicht. Die sind alle echt nicht so schön. Das Einzige, was cool an den Cover ist, ist, dass auf jedem Cover die eigentliche Folgennummer des Hörspiels, wie es weitergegangen wäre bei den drei Fragezeichen, irgendwo versteckt ist. Ja. Ich weiß es gerade nicht, wo es bei der Pforte zum Jenseits ist, weil es... Und die Hausnummer des... Genau, an der Hausnummer. Genau. Genau. Das find ich ziemlich cool, aber ja, dieses Psychedelische, wie sie's gemacht haben, ich find die alle nicht so schön. Die... Das Seeungeheuer find ich noch am besten. Ja, also ich geh da, ich geh da mit dir mit, ähm, es sieht abgefahren aus, es sieht halt aus wie aus einem Fiebertraum, find ich jetzt dieses Cover, ähm, äh, schön, oder drei Frage, sagen wir, drei Fragezeichen, typisch ist es nicht. Wenn wir da drauf gucken würden, ohne, dass wir, dass es sich jetzt um eine Drei-Frage-Zeichen-Folge handeln, handeln würde, dann wäre es, würden wir es vielleicht anders bewerten, aber so, vergleichen wir es halt mit Eigerasch, oder mit... Ja, es ist halt auch, ich glaub auch ganz bewusst sind die Cover ganz anders gemacht, es sind viel mehr Personen auf den Covern, also reale Menschen, die in der Folge vorkommen, das ist ja eigentlich bei den Drei-Frage-Zeichen-Folgen nicht so der Fall, und wenn es keine Personen drauf sind, sind es fast schon so Stillleben irgendwie, wo halt einfach gar nichts passiert auf den Bildern. Das stimmt schon. Die sind echt nicht so schön. Was ich aber schön finde, ist das Ambiente, wenn, ähm, Jupiter in dem Laden ist. Also ich lieb ja Gewitter, aber das hört sich einfach super an, finde ich. Ja, äh, also die Szene nochmal kurz zusammenfassen, Justus geht in die Filiale, wartet auf ein Geschenk für Bob, der an diesem Tag, nee, am Morgen Geburtstag hat. Nee, nee, er hat an dem Tag Geburtstag. Achso, das ist an dem Tag. Ich dachte schon. Ja, 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 da passiert so viel, weil mehrmals gratuliert wird und so, dementsprechend habe ich es ein bisschen durcheinander gebracht, aber auf jeden Fall, genau, ein Geschenk für, für Bob zum Geburtstag, das heißt, Bob hat am ersten Tag der Feriengeburtstag in diesem Jahr, also in dem Jahr, wo das passiert, äh, und kriegt ein Krimi-Puzzle geschenkt. Ja. Und das wird dann, äh, unter der Ladentheke verkauft sozusagen, also es muss erst höher geholt werden, wird nicht aus dem Regal rausgepickt. Er ist gerade frisch reingekommen, musste richtig lang sein. Ja, aber Silvester Meisel hat es schon gekauft gehabt und hat in fünf, fünf Stunden dieses Tausend-Teile-Puzzle erledigt. Ich finde, das ist eine beachtliche Zeit, also das ist ziemlich schnell. Ja, gut. Kommt auch an, wie komplex das Bild ist, ne, wenn das halt nur ein schwarz, äh, schwarzes Puzzle ist, dann ist es halt sehr schwer, aber. Ach, es ist dieses Tausend-Hundert-Teile-Puzzle ohne Rand, wo hundert Extra-Teile dabei sind, die nicht passen. Und das Motiv ist einfach nur planweise. Das ist, ich weiß nicht, warum man sowas macht, da kann man sich doch auch irgendwie, weiß ich nicht, in den Reißzwecken unter den Fingernagel schieben, das ist doch genauso sinnvoll. Ich glaube, wenn du alle Puzzle schon mal gepuzzelt hast und der Sack des Schredderpapiers im Büro auch schon zusammen gepuzzelt ist wieder, dann brauchst du sowas. Okay, das ist so richtig, also, ja, okay, also das würde ich mir nicht antun wollen, aber gut. Das ist das Geschenk, ähm, es muss von hinten geholt werden, äh, Zeit genug, um, äh, zwei Personen einzuführen, einmal Silvester, eben den alten Mann und gesprochen von Wolfgang Földs. Ach, ist das so schön. Gesprochen von Käpt'n Blaubeer, ach, ist das so toll. Käpt'n, ja, Käpt'n Blaubeer. Und dann kommt eine Dame zufällig in den Laden hinein und ruft um Hilfe, weil sie wurde vom Blitz getroffen. Genau. Ja, da würde ich gerne mal einhaken. Ich auch. Ich habe recherchiert zum Thema Blitzeinschlag. Also. Ja, die qualmt noch, die Frau. Genau, in, also in Deutschland werden jedes Jahr ungefähr 130 Personen vom Blitz getroffen, wobei auch, ähm, vom Blitz getroffene Personen als Personen gelten, bei denen der Blitz in 30 Meter Umkreis einschlägt. Also direkt getroffen werden weniger und es sterben drei bis vier, nur mal so zu sagen. Aber das muss ja ein riesiger Licht und Lärm sein, wenn so eine Person vom Blitz getroffen wird. Ist es auch. Und Bob sagt ja dann später, naja, der hat das alles einfach gesehen durch das Fenster. Ja, aber wenn er das gesehen hätte durch das Fenster, dann hätte er auch Justus gesehen, äh, Jupiter gesehen, wie dieser Blitz in diese Frau einschlägt. Und dann habe ich mir noch gefühlt eine Stunde Klamotten angeguckt von Leuten, die vom Blitz getroffen wurden. Ja. Und die sehen normalerweise. Das sieht aus, als wären die von oben raus explodiert, ne? Ja. Als hätte man auf die geschossen. Ja. So richtig, die Klamotten sind echt zerfetzt. Und diese Frau kommt da rein und sagt, ah, ich wurde vom Blitz getroffen. Also, das ist, je länger man über diese Szene nachdenkt, desto unrealistischer wirst. Das ist richtig. Beim ersten Mal habe ich nicht so wirklich darüber nachgedacht, weil beim zweiten und dritten Mal hören, habe ich mir gedacht, hey, wenn die gerade vor dem Laden vom Blitz getroffen wurde, das hätte auch jeder mitbekommen. Also, das ist ein ziemlicher Knall. Ähm, und die Person hat dann auch dadurch, dass halt unendliche, was ist das, Volt? Unendlich viel Volt durch sie durchgeballert ist. Ähm, es gibt Bilder von Menschen, die vom Blitz getroffen wurden, die das überlebt haben. Und die haben ein Muster auf der Haut. Das sind richtig krasse Hämatome. Und das sieht praktisch aus, als wäre so ein richtig verzweigter Blitz auf deren Haut gebrannt, beziehungsweise in der Gewebe. Weil das sind halt, genau, das sind die Blutgefäße und die Adern, wo der Strom durchgeflossen ist. Und die kriegen, das ist halt ein riesiger blauer Fleck. Und bei manchen geht das auch nie mehr weg. Ähm, die haben das dann halt auf dem Rücken oder so oder über die Brust. Das sieht, wenn ich falsch verstehe, das sieht ziemlich cool aus. Bei manchen. Das wird wahrscheinlich so die neue Tattoo-Trend-Serie werden, die jetzt natürlich ausgelöst wird. Nicht umsonst gibt es den elektrischen Stuhl. Also ich glaube, so viel Strom ist dann nicht gut. Aber wir packen euch mal ein, zwei Bilder von so einem Oberkörper oder so mal in die Show-Notes. Tesla-Tattoos oder wie heißen die? Wie heißen die? Das könnte ein neuer Trend sein. Tesla-Tattoos. Das klingt auch echt cool. Machen wir eine, ja, das ist gar nicht schlecht. Machen wir so eine Filiale hier auf in Bremen und hier in Würzburg irgendwie. Machen wir gleich Franchise-Kette draus. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wenn man Tesla-Tattoos googelt, kommt erst Nikola Tesla und dann das Auto. Und erst dann vielleicht die, äh. Und dann wahrscheinlich irgendwie so Aufkleber, die dann so Tesla verschönern und so. Ja. Ja. Ja, das ist so ein bisschen seltsam, diese Szene. Und dann, dass er halt auch einfach dann sofort alles erzählt, ne? Also, ist ja auch seltsam, weil du hast einen Traum, dann wird dieser Traum Wirklichkeit und dann erzählst du das und machst allen damit Angst. Ja. Das zeigt doch auch so ein bisschen, dass dieser Silvester Meisel einen in der Klatsche hat, oder? Weil würdest du mit diesem Wissen so offensiv umgehen? Man würde sich vielleicht Gedanken machen und sagen, oh, das war jetzt aber seltsam. Aber nicht sich so anschauen. Ich stelle mir so vor, dass du die anschaut, die war Shining, ohne zu blinzeln. So leicht schreckend Kopf und ihr das alles erzählt und sie immer, ah, immer erschreckender. Ich würde sagen halt, oh, krass, ich hab ein Déjà-vu und ich würde schon erzählen. Ja, okay, aber du würdest nicht hingehen und, und, ähm, die, die, die so richtig, also die hat ja, gut, okay, wir wissen ja, im Nachhinein wissen wir ja, dass es nicht so ist, aber diese Person so in Angst und Schrecken versetzen, oder? Also, ich würde mir da mega komisch vorkommen, wenn ich da hingehen und sage, ja, du bist die und die, du bist Person XY und du bist 54 Jahre alt und du bist auf dem Weg zum Flughafen und lauter so Zeug. Damit kann man kokettieren irgendwie, wo man dann so ein bisschen Spooky überkommt, so, hallo, ich weiß, wie du heißt. Ja, genau, das braucht man, ein Spooky, alter Mann. Er fehlt nur noch, er hat das einen Löffel verbiegt. Hier, du gefällst mir, hast du einen Gutschein. Übrigens, wenn man nach Tesla-Tattoo sucht, dann gibt es halt Abbildungen von Tattoos, wo Nikola Tesla drauf ist. Ja, wie gesagt, wenn ihr Blitzopfer eingebt, oder wir verlinken euch welche, da gibt es eins von einem Kerl, dessen Rücken ist zu sehen, das sieht ziemlich krass aus. Das sieht aus wie von einer anderen Welt. Aber ja. Das ist also, man hätte es schon merken können, dass diese Frau nicht vom Blitz getroffen wurde. Ich finde es auch faszinierend, dass Jupiter da auch so drauf reinfällt, weil gefühlt weiß der ja alles. Und dann weiß er nicht, wie jemand aus dem Blitz getroffen wird. Aber naja, in dem Fall. Der ist gerade aus dem Bett rausgestiefelt, irgendwie wurde geweckt, irgendwie vor seiner Aufstehzeit. Das ist auch schon eine Stunde zwanzig her, ne? Das stimmt, ja. Da kann man schon mal wach werden. Weil um neun wird er geweckt und um zehn Uhr zwanzig ist er in dem Laden. Ah, true story. Ja, und das auch bei dem Wetter, ne? Also, das ist ja, es regnet ja so stark, dass als dann die Frau panisch rausläuft, also die Frau ist übrigens Miss Van Dyke. Und das war das erste Mal, dass ich bei den drei Fragezeichen oder den dreien eine Person, also eine Person einen Namen hatte, den ich tatsächlich auch im echten Leben kenne. Also, wo ich jemanden kenne, der Van Dyke heißt. Wollte ich nur mal gesagt haben, weil die heißen sonst Ed Snabel. Ja, und sie erzählt ihre Geschichte, sie wurde vom Blitz getroffen, will sich aber dann nicht davon abbringen lassen, in ein Flugzeug zu steigen. Und auf Anraten von Jupiter und von Silvester und dem Ladenbesitzer sollte sie eigentlich ins Krankenhaus gehen. Sie sagt aber, nee, nee, ist schon okay und steigt dann in ihren schwarzen BMW und fährt davon. In den siebener BMW, ja. Vorher trinkt sie noch einen Schluck Wasser, weil wir haben ja alle gelernt, wenn es einem nicht gut geht, einfach ein Schlückchen Wasser, geht es einem danach wieder total bombe. Dann geht es einem wieder super. Bei Sherlock Holmes was ist ein Brandy. Basisches Wasser könnte sein. Ja, am besten noch mit einem irgendwie Mondwasser, mit einem Kristall reingelegt. Mondwasser. Das ganze Setting erinnert mich so ein bisschen an den Mystery-Horror-Film Final Destination. Du meinst aber, dass sie gerade dem Tod von der Schippe springt. Sozusagen irgendwie. Also, sie wurde gerade vom Blitz getroffen, hat es aber überlebt und lässt sich jetzt nicht davon abbringen. Und er hat so ein Déjà-vu, dass er das Ganze schon mal erlebt hat, sodass er quasi wie der Protagonist bei Final Destination 1 dann auch schon eine Ahnung hat, dass das Flugzeug abstürzen wird. Da habe ich den, als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht so, boah, das könnte sich jetzt ein bisschen so anfühlen wie eben in Final Destination 1. Ist diese Geschichte wahr? Oder haben wir euch an der Nase herumgeführt? Die Auflösung wie immer am Ende der Sendung. Ihr Jonathan Frakes. Aber man hätte das auch mal irgendwie die Szene auch realistischer gestalten können. Zum Beispiel die Frau steigt aus und will was machen. Beliebige Ausrede, eben weil sie was vergessen hat zu haben. Und dann kommt ein Auto und sie wird fast überfahren und geht dann in den Laden. Das wäre viel realistischer gewesen. Ich sage dir aber, warum es der Blitz sein muss. Und auch wegen diesem Gewitterkram für später. Aber das wäre weitaus weniger, also wenn du aufwiegst den Realismus gegen den späteren Effekt, dann hätte man den späteren Effekt auch einfach weglassen können. Weil das Gewitter hat nämlich überhaupt keinen weiteren Einfluss auf die Geschichte, außer dass es am Ende aufgeklärt hat, warum es da war. Und hätte dann einfach einen realistischeren Start machen können. Meiner Meinung nach. Aber das ist eine andere Sache. Die Jupiter zeigt sich davon aber unbeeindruckt und geht mit dem Krimi-Puzzle nach Hause. Und dann schenken sie es Bob. Ja, warte, warte, warte. Und das finde ich so witzig. Warte, warte, warte. Ich möchte noch was sagen. Ach so. Und zwar, wir haben es vorher schon mal so im Nebensatz gesagt, aber Wolfgang Fölz zitiert Big Bunny Crown, als er, ähm, als Justus sagt, darf ich Ihnen mal, ähm, ein paar ehrliche Fragen stellen? Oder geben Sie mir ein paar ehrliche Antworten? Da sagt er nämlich, du gefällst mir, Junge. Und, ähm, das ist ja eins zu eins genau dieses Zitat. Dieses berühmte Zitat, du gefällst mir, kleiner Fettklops. Hier, iss noch ein bisschen was. Gut, dass wir noch mehr essen. Ja, okay, das wollte ich nur noch mal gesagt haben, weil das ist halt eine direkte Drei-Frage-Zeichen-Referenz. Auf jeden Fall schenken sie Bob dann dieses Puzzle und da kommt eine der ersten sprachlichen Perlen. Ja, mega. Nämlich, Peter sagt, so mein Süßer. Richtig. Und das ist irgendwie. Also, ich hab hier in dieser Szene, weil wir sind ja jetzt in der Zentrale zurück. Als erstes singen sie im Lied, dann sagt Bob, oh, ihr seid ja süß. Dann sagt Peter, so mein Süßer. Und als dann auch noch Silvester anruft, sagt der, ach, Schätzchen zu Bob. Ja. Was ist denn los? Das hab ich mir auch aufgeschrieben und dachte mir, hm, das ist echt strange. Das passt auch so überhaupt nicht irgendwie zu dem ganzen, natürlich, es ist die zweite Folge von Die Drei, dementsprechend wird's ja vielleicht dann passen, aber es passt ja nicht zu den Drei-Frage-Zeichen, so kann man sagen. Ich glaube, das ist eher Improvisation der Drei-Sprecher oder der Viersprecher. Meinst du, dass die sich alle gegenseitig Schätzchen und Süßer nennen? Vielleicht hat sich das gerade so ergeben als freudsche Fehlleistung und dann haben sie es drinnen gelassen, was halt lustig ist. So mein Süßer, also das fand ich, ich fand's halt krass unpassend, also, weil die halt noch nie so miteinander geredet haben. Es ist halt schon seltsam, aber gut, ist ja lustig, hat uns ja alle belustigt. Ich glaube, der Effekt wurde dadurch erfüllt quasi. Ja, auf jeden Fall. Apropos, Silvester ruft ja an, nennt Bob dann ach Schätzchen, aber er erzählt auch, dass er die Drei gerne anheuern würde, sie sollen einen Fall lösen, weil er träumt so schlecht und hat das Gefühl, dass jemand in seinem Haus oder in seinem Bungalow ist, nicht nur er alleine. Und den ultimativen Beweis dafür, den will er den Drei liefern, wenn sie ihn besuchen kommen. Da finde ich, also er erzählt ja, da erzählt er schon von schwarzen Haar. Nein, nein. Das erzählt er hier schon. Nein, nein, nein. Doch, doch, weil dann sagt, oder? Nein. Nee, das ist in der nächsten Szene, Entschuldigung. Natürlich, ich habe es notiert. Deswegen hat man Notizen. Okay. Ich habe auch Notizen, aber ich habe den Übergang zwischen Szene 3 und 4 sehr fließend gestaltet. Gut. Weil dann fahren sie nämlich zu Silvester. Genau, aber da kommt eine Trennermusik, Trennermusik und deswegen fängt eine neue Szene an. Mitten in Rocky Beach, das fand ich schon mal ziemlich krass, dass mitten in Rocky Beach steht ein Bungalow. Weil der urbane Wohnraum ist natürlich so weit, dass man natürlich auf ein Bungalow hinstellen kann, den besten Nutzen, Grundrissbau der Welt, ne? Also, im Endeffekt ist es aber vielleicht wie bei oben, der alte Mann, der halt einfach sich geweigert hat, sein Grundstück zu verkaufen, drumherum. Ja, aber der ist ja gerade erst hergezogen. Vor fünf Wochen. Nürnberg hat das ja übernommen von jemandem. Naja, ich glaube, so geht das nicht, aber gut. Egal. Also mitten in Rocky Beach. Nimm doch mal die Folge in Schutz. Ähm, vielleicht ist es auch nur das unglaublich gut ausgebaute Erdgeschoss von dem Wolkenkratzer und die bauen das nicht Rohbau und dann fertig, sondern einfach nur fertiges Stockwerk, fertiges Stockwerk, fertiges Stockwerk. Und da kommt noch was drauf. Ja, und die sind jetzt gerade dabei, das zweite Stockwerk draufzubauen. Oder ich würde sagen, dass Rocky Beach in dem Fall, das basiert ja eher so auf den Arthur-Geschichten, dass Rocky Beach zu der Zeit noch ein bisschen kleiner war, wo man nicht so ausgebaut worden ist. Naja, gut. Wie dem auch sei, sie kommen da an, klingeln, die Tür ist offen, sie gehen rein und finden, ich kürze ihn jetzt ab, und finden Sly im Wohnzimmer zwischen seiner Modelleisenbahn knien. Jetzt ist es ja so, dass Hannes und ich tatsächlich Mitglied in einem Eisenbahnclub sind. Das ist eine ganz neue, das ist eine ganz neue Information jetzt für euch. Hannes und ich, Hannes und ich sind Mitglied in einem Eisenbahnclub. Ich habe noch nie. Ja, aber. Nein, 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 wir lassen das so stehen, Hannes. Okay. Die nächste Infos gibt es nächstes Jahr. Wir haben noch nie, noch nie im Leben eine Modelleisenbahn, so wie sie da beschrieben wird, auf dem Boden gesehen. Noch nie. Es ist halt schon so ein bisschen wie bei Mr. Burns mit dem, wo Milhouse diese Eisenbahn hat und dann, ich weiß nicht, wo sie hinfährt, aber wenn sie zurückkommt, liegt Schnee auf dem Ganz genau, ganz genau. Ja, was ich übrigens witzig finde, ist, dass der Sly, wie du ihn nennst, das sehr beschwert ist, weil ihm eingebrochen ist und dann ist die Tür einfach offen. Das habe ich mir auch gedacht. Dann wundere dich halt nicht, dass Leute zu dir kommen, wenn deine Tür offen ist. Das ist halt Downtown Rocky Beach, ne? Ja, ist die beste Diebstahlsicherung, einfach die Tür offen zu lassen. Das geht in Kanada, aber wir sind in den USA. Die beste Diebstahlsicherung ist arm zu sein. Oh, stimmt, das funktioniert bei mir sehr hervorragend. Ich wurde noch nie bestohlen. Das ist richtig. Dann erzählt er denen halt eben, dass vor einer Woche das mit den Träumen angefangen hat und erzählt dann auch vom ersten Traum mit dem Chinesen und dass er, da gibt es dann diesen Satz, der eigentlich der wichtigste Satz ist in dem Hörspiel für diese Träumerei. Bring dein Glück in Sicherheit, bevor der Blitz dich trifft. Und das ist so, um dieses Thema Blitz wird halt alles aufgebaut, ne? Ja, das ist eigentlich das Wichtige in der Szene. Dann hat er außerdem noch genau die glärgige Botschaft in einem Glückskeks gehabt, den er kurz danach in einem Restaurant zu sich genommen hat. Und, ähm, ja, dann kam eben der Traum in dem Spielzeugladen. Das war dann erst der zweite Traum, ne? Der erste war dann mit dem Chinesen, der zweite war dann der mit dem Spielzeugladen. Was stand auf dem Glückskeks? Auf dem Glückskeks stand drauf, bring dein Glück in Sicherheit, bevor der Blitz dich trifft. Das stand auf dem Glückskeks. Da hätte man auch einfach den Schlag nehmen können und hätte dann sozusagen, ähm, zurück zu dem letzten Traum, wo er im Krankenhaus liegt, weil ein Schlag wäre, auch ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall, und dann hätte das auch gepasst. Dann hätte das, ähm, auch einen Klimax gebildet. Also er hat Angst davor, dass der Schlag ihn trifft. Ja, aber es muss ja ein bisschen Mystery aufgebaut werden. Ja, es ist natürlich... Ein Glückskeks, der mit einem Traum übereinstimmt, ist doch schon mysteriös genug, da muss doch auch kein Blitz dran vorkommen. Das sagst du jetzt. Das sag ich jetzt, ja. Ähm, er sagt dann eben, dass sein Beweis ist eben ein langes, schwarzes Haar, das er in der Küche gefunden hat, und dann erfährt man eben auch, dass der Mann eine Glatze hat. Aber wie? Du hast ja eine Glatze. Genau, richtig. Das ist schon... Sag mir mal so, es ist jetzt wenig elegant. Aber... Du hast ja eine Glatze. Genau. Dieser Dialog strotzt vor Intelligenz, der könnte auch von diesem Little-Britain-Pärchen kommen. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Genau. Also, er hat eine Glatze, aber dafür hat er keinen Besuch. Und deswegen kann... Du bist sicher, dass die Wand rot gestrichen werden soll? Ja, ich weiß. Ja, genau. Wie scheiße aus. Wie bist du auf den Baum gekommen? Ich bin gefallen. Computer sagt nein. Das ist so schlecht. Okay. Genug referenziert auf Little-Britain. Ich hab übrigens... Ich war... Ich war... Null Tage alt, als ich gemerkt hab, dass Little-Britain... Ja, das Gegenteil ist von Great-Britain. Ich... Richtig dumm. So, egal. Dann kommt was Untypisches, und zwar Jupiter sagt, dass sie den Fall, die Entscheidung, ob sie den Fall annehmen oder nicht, dass sie die erst morgen Nachmittag treffen und sagen, sie rufen zurück. Ne? Und ja, und dann gehen sie jetzt auch in die Zentrale. Genau, dann geht's ab in die Zentrale und jetzt wollen sie eigentlich Bobs Geburtstag feiern, ne? Ähm, weil der hat ja immer noch Geburtstag, darf man nicht vergessen, ist immer noch Bobs Geburtstag. Bob hat auch gar keinen Bock, den Fall anzunehmen. Der sagt halt, ja, das ist nichts Übernatürliches, der kann die Informationen auch aus dem Reisebüro haben, dass er das zufällig gehört hat. Oder... Das ist so mega, das ist auch so... Was ist realistischer? Dass die Frau auf den Blitz getroffen wird und er das geträumt hat? Oder, dass sie zufälligerweise im selben Reisebüro waren? Diese Frau, ähm, der im Reisebüro alles erzählt hat, nicht mehr über Reisebüro, sondern auch über ihren Zweck der Reise und über ihre Forschungen, dann, ähm, der Meisel nebendran sitzt, das zufällig hört, dann der Meisel in den Spielzeugladen geht, dann diese Frau dahin fährt, dann eine Panne hat, das sieht dann der Meisel, erkennt die Frau aus dem, aus dem, ähm, Reisebüro, dann geht die rein, erzählt ihre Geschichte und der Meisel hat nichts Besseres zu tun, als, äh, so Cold Reading-mäßig ihr das alles vorzubeten. Aber er vergisst auch gleichzeitig... Was ist jetzt realistischer? Er vergisst aber auch gleichzeitig noch, woher er es hat. Ja. Ja, ich sag mal so... Und der spinnt da so eine total dämendliche Begründung zusammen und sagt, ja, deswegen ist der Meisel krank und damit kann Bob gut leben. Ja, und ich denk mir, wenn, aber wenn der Meisel das gesehen hätte, dann hätte ja der Jupiter, der neben ihm stand, das ja auch gesehen vielleicht. Das, diese ganze Theorie hinkt doch. Und dann, ja, dieses schwarze Haar reicht mir nicht aus. Dude, ihr habt schon Fälle angenommen, weil eine alte Frau einen Schemen gesehen hat, der der Legende ähnlich sieht, den ihr Uropa, der mal einen Schatz gefunden hat, ihr auf dem Krankenbett erzählt hat. Das ist richtig. Aber ein richtiger Beweis reicht nicht aus. Ja. Aber was es ein Haar ist, reicht nicht aus. Aber das ist Bobs Geburtstag, ne? Coole Ausrede. Works for me. Ich glaub, der hat einfach nur Bock auf Party. Das kann ich auch voll verstehen. Eigentlich, eigentlich wollte er ja den California Park fahren, aber dieses Puzzle ist viel besser. Das Ding ist, ganz ehrlich, gerade eben ist noch das ultrakrasse Unwetter und dann will er in den California Park. Alter, es regnet noch. Was ist denn los mit euch? Warte doch nichts. Wo ist denn da die Kohärenz? Ist doch überdacht. Mann, ey. Also auf jeden Fall, sagen sie dann halt, Justus ruft dann an. Ich finde es auch sehr komisch, weil Justus ist derjenige, der den Fall annehmen möchte. Peter und Bob überstimmen ihn aber. Jupiter. Ja, ich muss mal kurz was trinken. Ja, okay. Jupiter. Und dann sagt Jupiter aber ab und dann wird dieser Sly halt mega sauer. Also ich sag mal so, wenn ich mich so verhalten würde, wenn ich ins Restaurant möchte und ich rufe da an, ob ich einen Tisch haben kann und die sagen, tut mir leid, ist voll. Wenn ich dir jedes Mal so einen Larry mache, dann, also weißt du, das Allerschärfste ist ja noch, dass er dann auf Lautsprecher ist und dann Bobs Geschenk versaut, indem er das Rätsel auflöst. Das ist ein richtiger Arsch, der Typ. Ja. Stell dir vor, ich greife mal das mit dem Restaurant auf. Du rufst da an, sagen, wir haben keinen Platz und du, ich hoffe, ihr Kind bekommt Krebs. Klick. Das ist richtig. Was ist falsch mit dir? Ja, das ist, der Typ ist einfach, ich hab mir hier aufgeschrieben, Dude, chill mal. Habt ihr übrigens mal so ein Krimi-Puzzle gemacht? Nee, ich wusste gar nicht, dass es ein Krimi-Puzzle gibt. Ich hab mir darunter nichts vorstellen können. Ich dachte, das ist sowas ähnliches wie diese Escape Games, diese Exit Games. Es gibt sogar Puzzle-Krimi von den drei Fragezeichen-Kids. Ja, genau. Und Adventskalender-Krimi-Puzzle gibt's jetzt für den jetzigen Advents, nicht für den nächsten und auch nicht für den letzten, sondern für diesen. Hab ich im Hugenduner-Regal gesehen. Ah ja, cool. Spuk aus dem Schulfest heißt das. Kostet 16,99. Kriegst du da irgendwie dein Thema oder so? Nee, hat 200 Teile. Also es gibt noch einen anderen Fall, irgendwie, die Villa der Rätsel, also da ist quasi eine neue Produktlinie. Wahrscheinlich aus dieser Folge heraus ist das entstanden, diese Idee. Genau. Aber ich hatte früher schon mal Krimi-Puzzle gehabt, hier Ehrenmann, Totermann. Ehrenmann, Totermann, das hört sich an wie ein Hip-Hop-Lied aus Berlin. Ich wollte gerade sagen, das neue Album von Kollegah. Oder von Bushido. Ja, die sind halt auch schon ein paar Jahre alt, ne? Also so alt wie ich ungefähr. Nein, so alt ist nichts. Du bist ja so alt wie die Zeit. Das ist auch schon das Puzzle. Kann gar keiner werden irgendwie. Auf jeden Fall hatte ich mal zwei Dinge ausprobiert und war okay, aber auch irgendwie ein Kind seiner Zeit. Na gut. Ja. Okay. Dann kommt ein ziemlich langer Zeitsprung, in dem nichts passiert. Genau. Und dann trifft Joop die Glenda van Dijk im Supermarkt. Und sie bezahlt halt bei der Amy von The My Gluckys. Und dann kommt dieser geile Dialog. Ich zahle immer mit Karte. Jemand, der Geld dabei hat, ist dumm. Ja. Hier ist so alles voller Verbrecher. So voll paranoid, als würde man wegen 20 Euro noch im Supermarkt überfallen werden. Ja, ich habe hier aufgeschrieben, Bar oder Karte. Immer Karte. Pfeil. Mega Bitch. Sorry, aber die fühlt sich da auch wieder so, so verhält sich doch kein Mensch, oder verhalten sich Menschen so? Ja, wahrscheinlich schon, aber wir umgeben uns nicht mit solchen Menschen. Das kann schon sein. Also auf jeden Fall. Zumindest nicht in dieser Folge. Auf jeden Fall zickt sie richtig rum und Justus erkennt sie dann, sie streitet das Ganze ab und die Szene ist dann damit auch beendet. Und dann? Nee, es kommt noch was viel Besseres. Es kommt nämlich, ich bitte um Entschuldigung und sie so abgelehnt. Ach ja, stimmt. Das ist auch so eine sprachliche Perle wie, hier mein Süßer. Ich bitte um Entschuldigung, abgelehnt. Das ist wie dieser rote Voidstempel, den es bei den Bugs Bunny Cartoons immer gab. Dann sind wir wieder in der Zentrale und ich habe einen Titel für ... Nach einer unbestimmten Zeit, was ganz wichtig ist. Das ist richtig, ich habe einen Titel für diese Szene. Bob Arshtrews. Wie war's denn? Und zwar, in dieser Szene denkt Bob ... Ach, weißt du was? Ich mag Peter eigentlich gar nicht. Fühlt sich auf wie die Prinzessin auf der Erbse, der Typ. Und ich weiß nicht. Also Justus, äh, Jupiter sagt dann, dass er den Namen auf der Kreditkarte gesehen hat und dass es eben nicht Van Dyke heißt, sondern Dorothy Winter. Und, ähm, dass aufgrund dessen, dass das jetzt halt diese Frau, dass die tatsächlich existiert und schwarze Haare hat, lässt sich Bob eben überzeugen. Äh, er ist immer noch sauer, weil, ähm, Sly eben sein Geschenk versaut hat. Oh, da wäre ich aber auch mega genäht. Ich würde mich auch echt ärgern, ne? Und dann sagt ... Aber man kann's ja umtauschen, es gibt zwei andere Fälle. Das ist richtig, aber das ist halt auch wieder so, zeitlich passt das nicht. Weil wir sind ja jetzt schon einige Tage, beziehungsweise, ja, einige Tage später, ähm, in der Zeitlinie vorangeschritten. Und jetzt sagt Justus, äh, Jupiter, verdammt noch mal, Jupiter sagt jetzt, ach ja, wir können's ja umtauschen. Also, als wäre das Spiel gerade eben erst ausgepackt worden. Hm. Das ist ein bisschen komisch. Allerdings, und das möchte ich kurz anmerken, kann's durchaus sein, dass es absichtlich ist. Weil am Ende kommt ja raus, das Ganze war nur ein Traum. Spoiler-Alert. Oh, nee, nicht ... Ich wollte gerade sagen, Spoiler-Alarm. Ach so, aber ... Echt, da muss ich eingeschlafen sein, echt? Scheiße. Ähm, in Träumen ... Also, ich träume ja ganz Gott sei Dank sehr wenig. Ich mag Träume nicht. Ähm, da stimmt ja auch die Zeitachse nie. Deswegen kann das sein, dass das vielleicht so Meta-Hinweise sind, dass das gar nicht passen kann. Vielleicht interpretiere ich auch zu viel rein, aber es könnte theoretisch sein. Ja, gut. Und was ich noch witzig finde, ist das ... Also, tödliche Bohle heißt das Krimi-Puzzle, ja. Und das ist ja mal das einfachste Rätsel. Also, das ist schon fast eine Schande. Und Asche, also, es ist ja fast schon ... Also, da musst du ja diesen Verkäufer vor diesem Puzzle schon schlagen, weil es ist ja dieses klassische ... Es waren den Eiswürfeln. Das weiß doch jeder. Das ist doch kein Krimi-Puzzle wert, oder? Ja, ist schon richtig. Also, sehe ich auch so. Ist das für einen Jugendlichen, oder? Nee, auch für den Jugendlichen ist das Pille-Polle. Also, das ist nicht sehr schwer. Das stimmt schon. Ähm, was ich schön finde, ist, dass Justus ... Jupiter. Dass Jupiter eine Glückskeks-Nachforschung betrieben hat. Die war aber erfolglos, weil er ist an einer Tür gescheitert, auf der stand, wir haben jetzt zwei Euro Betriebsurlaub. Welches Restaurant macht eigentlich Betriebsurlaub, wenn alle anderen Menschen Sommerferien haben? Das ist in Justus' Traum. Ja, okay. Nee, mit der Familie in Urlaub fliegen, das ist nicht untypisch, würde ich sagen. Dann sagt Peter irgendwas, worauf Bob reagiert mit, ach, Peter, du bist ja auch noch da. Wo ich mir gedacht hab, ach, Bob, du bist ja ganz schöner Arsch. Weil Peter hat sich ... Die beiden unterhalten sich. Und Peter steht halt daneben und hört zu. Dann sagt er was und dann wird er sofort von Bob angepflaumt. Bob, frag dich mal, warum der Peter nix sagt. Hä? Merkst du was? Du bist ein Sack. Oder macht er noch weiter? Das ist echt hart. Wir auch sticheln die ganze Zeit. Ja, und Jupiter macht halt mit. Dann öffnet sich Peter und sagt, hier, Leute, ich hatte einen ganz schlimmen Traum. beschreibt die Szenerie, die wir dann drei, vier Szenen später haben. Nämlich, dass sie im Haus sind von Sly. Dass sich die Leute, dass sich die drei in verschiedenen Positionen verstecken. Dass dann ein Schrei ertönt. Und das ist halt Jupiter. Peter rennt hin und findet seinen Freund tot. So, das ist ein ganz schön schlimmer Traum. Gerade für jemanden wie Peter. Und gerade wenn man so in dieser, in diesem, und ich habe mir einfach gewünscht, oder ich hätte mir gewünscht, dass zumindest Bob einfach ein bisschen einfühlsamer ist. Dass Jupiter einfach so ein rationaler Beobachter ist und einfach sagt, ja, da ist ja Pele Palle und so. Okay, geschenkt. Aber Bob, really? War richtig mies. Aber solche Momente gab es auch bei den drei Fragezeichen später. Also, wenn es um Clarissa Franklin-Folgen geht, ist Bob ja auch immer außer Rand und Rand. Ey, ist aber auch hypnotisiert. Ja, aber vielleicht ist das ja quasi noch ein Überbleibste sozusagen. Ach, meinst du so? Aus dem anderen Franchise. Hinüber, hinüber, diffundiert ins andere Paralleluniversum. Gut, okay. Sozusagen. Könnte ja ein Relikt sein eben so, was drin ist. Ich meine, das wurde dann ja nochmal in, das Signal aus dem Jenseits nochmal thematisiert. Dass irgendwie er, oder beziehungsweise Bob total genervt ist, warum er denn verfolgt wird von den anderen beiden. Und dass es halt ja überhaupt nicht geht. Der Stein des Anstoßes ist übrigens, warum Peter jetzt gleich ausflippt, ist, dass es Telefon klingelt und ein Satz gesagt wird, du wirst sterben, Jupiter Jones. Das war's. Und daraufhin hat Bob nichts Besseres zu tun, als Peter zu verdächtigen, das inszeniert zu haben, nur, dass er nicht an dem Fall mitwirken muss. Bob, pass mal auf. Newsflash jetzt mal. Ihr habt schon einige, ihr habt schon, ihr habt schon einige Fälle gelöst. Peter hat immer Angst. Und Peter hat dich noch nie gelingt. Ich mag mich wiederholen, aber du bist ein Sack. Er fragt noch, er sagt dann noch, als die Tür knallt, ja, hab ich vielleicht ein bisschen, war vielleicht ein bisschen hart. Ich meinte, ach echt? Echt jetzt? Na Mensch, bist du etwas zu weit gegangen? Ich muss sagen, was mir aufgefallen ist, ich finde die Sprecherleistung von, ähm, von Peter, also von Jens Wawritschek, in diesem, in dieser Szene sehr gut. Weil man hört richtig, dass Peter so an der Schwelle ist, zu weinen, aber wütend und enttäuscht ist und traurig, das aber nicht komplett rauslassen will und ich finde, es ist eine echt gute Sprecherleistung. Also man, also ich hab mit Peter mitgegeben und hab mir gedacht, oh, du armer Kerl, komm, wir gehen an den Strand surfen und essen ein Eis. Ich ess Eis und du surfst. Oh, du bist Jeffrey also. Ja, aber ich ess Eis und er surft. Ach so, ja, okay. Es ist schon, echt schon gemein, aber die Sprecherleistung ist extrem gut und sind wir dann schon bei der Stelle, wo er dann Milton anruft? jetzt ruft Inspektor Milton an und sagt, dass eben diese Glenda van Dijk gar nicht existiert. Äh, eine Dorothy Winter gibt es allerdings 48 Mal in den USA. Davon ist aber voll der Allerweltsname. Allerweltsname, 48 Mal. Hui. Mega, mega der Allerweltsname, ja. Und keine einzige in Kalifornien. Gut, die heißen da wahrscheinlich auch alle Summer oder so. Im Schnitt wohnt in jedem Staat, also eine, bis aus Kalifornien und Hawaii wahrscheinlich. Wahrscheinlich, weil die keinen Winter kennen, so richtig. Ja, und das ist ein Allerweltsname, weil in jedem Bundesland, in jedem Bundesland, äh, in Deutschland wohnt einer mit einem ganz speziellen Namen, also nehmen wir mal an Olaf Felten, ne, wohnt einer in jedem Bundesland, voll der Allerweltsname, jeder heißt Olaf Felten. Es reicht, ja, und das Ding ist halt auch, also, ich, ich verstehe auch nicht, wie die auf diese Zahl gekommen, also warum? Warum haben die diese Angabe gemacht? Und dann sagt, Justus, also, Schub, sagt dann, ja, das ist ja auch voll der Aufwand, jetzt 48 Leute zu checken. Wenn es 250 wäre, das ist ein unlösbares Problem. oder, 650 würde ich sagen, ja, ich gebe euch recht, das ist echt, ein zu großer Aufwand, aber 48 Leute, wenn ihr jede Stunde einen checkt, seid ihr dann zwei Tage durch und wenn ihr es zusammen macht, sogar in einem, ohne schlafen. Wie lange brauchst du denn, um jemanden zu checken? Du rufst da an. Hallo? Naja, du reichst ihn ja vielleicht nicht, du musst erst mal die Daten recherchieren und so, keine Ahnung, auf jeden Fall. Aber das ist schon sehr grob und sehr gut geschätzt. Und Zeitzone und so. Das ist schon sehr, sehr, ja, das ist schon sehr luxuriöse Zeitangabe, aber ich finde auch 48 mit einem Allerweltsnamen, hm. Das ist, was ich dann auch cool finde, ist, jetzt haben sie diese Info, aber Bobs nächste Frage ist, sag mal, Jupiter, warum ist denn Peter jetzt so ausgeflippt? was? Er hat's immer noch nicht begriffen. Er hat's immer noch nicht begriffen. Was ist denn mit ihm? Oh Mann. Was stimmt denn da nicht? Und das Allerschärfste ist dann, dass dann Justus sagt, ja, ich würd sagen, dann lassen wir Peters Albtraum mal Wirklichkeit werden. Was? Hat er nicht zugehört? Bringst du dich jetzt um? Hat er nicht zugehört? Nicht Bob wird erschossen, Jupiter, du wirst erschossen. oder getötet oder was auch immer. Alter Schwede. Naja, gut. Wir kommen dann auch zu, also diese Szene, ne? Bob Arschjuice. Okay. Wir kommen dann an Slice Bungalow an. Ähm. Und sie nehmen jetzt den, den Fall doch an, ne? Ja, endlich. Jetzt geht's eigentlich los. Jetzt geht's eigentlich los mit der Story. Und was mir aufgefallen ist. Wir sind bei Szene 8 von 10. Ja, 8 von, warte mal, lass mich mal schauen. Und ich hab sie noch weiter untergliedert. Ich hab 12. Aber das ist nicht schlimm. Was mir aufgefallen ist, Silvester wird immer ein bisschen falsch ausgesprochen, ne? Immer als so Silvester. Also, egal. Ist nur so ne, ähm, so ein, so ein, weiß ich nicht. Das ist ja auch ein Novum bei Europa-Hörspielen. Ja, aber Thomas Fritsch tut sich einfach schwer mit dem V in Silvester. Wenn man hinhört, dann hört man das jedes Mal. Sie sagen dann, ja, wir verstecken uns im Haus und gucken mal, was passiert. Und dann kommt eigentlich eine Szene, wo jetzt endlich mal was passiert. Ähm, um halb zwei nachts geht die Tür auf. Es wird doch überhaupt nicht erklärt, wie, ne? Na, die ist offen. Weil Silvester hat die Tür ja immer offen, weil er gerne Eisenbahn spielt. Ah ja, gut, okay. Das war Sinn. Auf jeden Fall kommen zwei Leute rein, betäuben Sly mit irgendeiner Droge. Mit den schönen Worten, der ist high. Sly ist high. Finde ich einen schönen Titel für die Szene. Ei, 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 ja. Und dann? Ja, und dann werden eben die Augen geöffnet und ein Beamer wird verwendet, ne? Sogar. Diese Szene finde ich sehr unrealistisch und zwar aus folgendem Grund. Wer schon mal einen Beamer und einen Laptop angeschlossen hat, der weiß, dass man da mindestens zweieinhalb Stunden und fünf Leute braucht. Weil es geht dann immer nicht. Dann ist die Präsentation nicht richtig gestartet. Es sei denn, die benutzen einen Mac dafür. So. Sie bauen den Beamer auf. Sie zeigen ihm irgendwelche Videos. Da musste ich irgendwie so ein bisschen an Uhrwerk Orange denken. An diese Szene zum Schluss, ne? Wo die Augen aufgemacht werden. Dann kriegt er ja auch irgendwas schön, dass der ganze Plan daran scheitern könnte, dass Silvester auf dem Bauch schläft. Ja, den kann man ja nicht umdrehen, ne? Ja, aber sie müssten ihn dann umdrehen, um ihn zu betäuben. Da könnte er ja aufwachen. Aber Justus ... Man kann auch riechen, wenn man auf dem Bauch liegt, weil Menschen atmen auch, wenn sie auf dem Bauch liegen. Jupiter erkennt dann sowohl die Frau als auch den Mann und ist euch aufgefallen, ich nehme an, es ist euch aufgefallen, dass Inspektor Tomlin ein Anagramm ist von Milton. Also Milton und Tomlin haben dieselbe Buchstaben, nur anders angeordnet. Ja, ja. Das müsste also theoretisch sein böser Zwilling sein. Ja, aus der Bizarro-Welt. Richtig. Aber wie hoch ist denn die Chance, dass zwei Leute am selben Ort arbeiten, deren Nachnamen Anagramme sind? Also beim Tom ist das wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich. Da gäbe es ja nur noch Mott. Ist das Tomlin und Milton. Ich frage mich, ob das absichtlich war. Nein, nein, das ist natürlich. beabsichtigt gewesen sein. Aber was ist der Zweck davon? Einen Charakter einzubauen, der denselben Namen hat, nur anders angeordnet. Ja, vielleicht, weil der der Böse ist. Ja, aber ich würde ja das verstehen, wenn das Anagramm der Namen von Jupiter wäre. Aber Milton taucht ja eigentlich gar nicht auf bis zu dem Zeitpunkt. Vielleicht ist das auch einfach eine Geschichte, die Jupiter eher so ausmacht, charakteristisch. Wenn das halt eine Traumsequenz ist, was es ja nun ist. Dass so etwas halt irgendwie so Wortspielereien eher denn so sein dektivisches Spiel ist, was er da durchführt. Das kann durchaus sein, ja. Im Anfang, das Problem ist halt, diese Folge, glaube ich, funktioniert gut, wenn man sie das zweite Mal hört und weiß, dass es ein Traum ist. Ja, aber ich checke halt nicht, warum sie dieses, das wäre ja auch ein guter Fall gewesen, wenn es kein Traum gewesen wäre. Aber wir greifen ein wenig vor. Sie zeigen dem dann diesen, Wir können das jetzt auch ein bisschen beschleunigen, was das angeht, weil im Prinzip jetzt überschlagen sich die ganzen Sachen und vielleicht können wir das in der Besprechung genauso überschlagen lassen. Im Endeffekt geht es dann sehr schnell. Sie fahren zurück in die Zentrale. Da merken sie dann, dass sie abgehört wurden. Bob geht sich bei Peter entschuldigen. Und in der nächsten Szene ist es dann eben, dass Bob und Justus ohne Peter den Sly verfolgen. Der fährt dann in eine, oder Richtung einer Grünanlage. Er will dann da, überlegt sich, ob er einen Spaten mitnimmt oder nicht, geht dann in diese Grünanlage rein, ohne Spaten. Dann ist die Grünanlage auf einmal ein Friedhof, Friedhofsgelände. Setzt sich dann da an eins der Gräber, schaut sich den Sternenhimmel an und raucht aus meiner Zigarette. Dann kommt Dorothy Winter dazu, die hat natürlich eine Knarre und sagt, er soll jetzt endlich sagen, wo wo das Geld ist, beziehungsweise wo die Diamanten sind, die Juwelen. Darf ich da nochmal einhaken? Natürlich. Also Sly sitzt da rum, raucht, entdeckt dann eben diese Dorothy Winter im Gebüsch und fordert sich rauszukommen und sagt dann, trellert im guten Silvestermal ein Lied. Und das ist auch so ein Satz, wo ich mir denke, das ist eine Dialogperle, von der es in dieser Folge echt wimmelt. Ist mir gar nicht, ist mir gar nicht so aufgefallen, aber jetzt wo du sagst, das ist schon wirklich, ja, das stimmt. Finde ich gut. Und dann zieht sie die Waffe und bedroht ihn und dann greift Peter ein, entwaffnet Dorothy Winter und nimmt die Pistole und dann sagt, erst Dorothy, gibst du mir und er sagt, nein. Und dann sagt der Silvester, oder gibst du mir und er so, nein. Und ich so, ja, damit kann ich leben. Hauptsache sie hat sie nicht. Was ich auch cool finde, ist dann, Bob entschuldigt sich dann da bei Peter. Hätte ich in dem Moment auch gemacht, der hat eine Knarre. Wow, 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 war nicht so gemeint, Bro. Hey, pass auf, ich hab dich, als ich dich so dumm angemacht hab und mich über deine Träume lustig, gemacht hab und auf deiner Würde rumgetrampelt bin, da war das freundschaftlich gemeint. Ja, ey, wir sind doch jetzt wieder cool, oder? Ja, jetzt wo du die Knarre hast, sind wir doch wieder cool. Ja, das war schon, also, ja. Und dann kommt was, daran hab ich mich jetzt echt gestoßen, Sly war im Knast. Wegen eines brutalen Raubüberfalles auf ein Juwelier. Sly war mit Arnie zusammen, denn. Zusammen mit Sly und Arnie, na, zusammen mit Tau hat er einen Juwelier überfallen, Tau wurde angeschossen, ist an der Schusswunde gestorben und dafür gab es, die haben drei Millionen in Diamanten erbeutet und dafür musste Sly dann fünf Jahre in den Knast. Die Bild-Zeitung hätte getitelt Amok, Rentner und Horror-Chinese überfallen Juwelier. Genau. Weil der hat, der saß ja fünf Jahre und ist jetzt 70. Hintergrund nicht ausgelassen. Ja, und ist jetzt 70, also hat er den Raubüberfall so Anfang, Mitte 60 begangen. Das ist schon sportlich. Ich fand's auch komisch, also er hat vor sechs Jahren den Juwelier ausgeraubt, ist jetzt 70, weil er jetzt erst nach Rocky Beach gezogen ist, also ja. Der war dann 64, als er diesen Überfall gemacht hat. Krass. Aber gibt's alles. Wer True-Crime-Podcasts hört, der weiß, dass es gibt Verbrechen in allen Altersklassen. Nach oben hin werden sie halt einfach nur... Neulich hab ich gelesen, dass drei, ein Schlag gegen drei E-Book-Piraten ausgeübt wurde. Und eine von diesen Piraten war eine 78 Jahre alte Frau, die unter dem Nickname Nofretete oder so oder Echnaton im Internet unterwegs war. Die ist also zwei Jahre jünger als unsere Oma und betätigt sich als E-Book-Pirat. Der Sebastian musste unserer Oma schon neunmal erklären, wie man eine SMS öffnet. Das ist richtig. Man drückt auf Öffnen, Oma. Ah, okay. Ja, es ist... Ich will das schon doch viel scharf werden. Das zum Thema alle Altersstufen. Genau. Was hat es jetzt also mit diesen Träumen auf sich? Die wurden benutzt, um im Endeffekt dazu zu zwingen, den Lageplatz der Diamanten zu verraten. Weil im Verhör hat er nichts gesagt. Hat gesagt, nur Tau wusste, wo die Diamanten sind, der ist jetzt aber tot. Ist dann schön in den Knast gegangen, das kennt man ja, das ist halt dieses typische Gangster-Ding. Ich gehe in den Knast, wenn ich rauskomme, wenn ich reich. Deswegen haben sie es dann mit Träumen versucht, die sie ihm eingesetzt haben und dann haben wahr werden lassen und ihn so unter Druck setzen wollten oder ihm so Angst machen wollten, dass er halt dann versucht, seinen Schatz zu heben, bevor er jetzt das abgenommen bekommt. Und die Sache ist ja die, der Celeste Meisel hat überhaupt keine Intention, diesen Schatz zu heben. Zumindest kommt die nicht rüber. Er hat sogar viel mehr die Intention, Krimi-Puzzles zu machen. Das heißt, zu sagen, oh, vielleicht stirbst du bald, heb noch den Schatz. Aber er hat ja gar kein Interesse, den Schatz zu heben. Und wenn er tot ist, bringt ihm der Schatz ja auch nichts. Ja, aber die wollen ja den Schatz. Ja, aber wieso soll ich einen Schatz heben, der mir nichts bringt? Für den Fall, dass ich sterbe. Ja, ist richtig. Da kann ich auch einfach einen Löffel abgeben und der Schatz bleibt ein Schatz. Stimmt. Und der nächste Schatzsucher freut sich dann, wenn er was findet. Ja, also, gut, okay. Was ich auch noch unrealistisch finde, ist, dass wir haben ja zwei Zeitsprünge. Einmal, wo sie absagen und einmal, wo Justus eben Dorothy Winter im Supermarkt trifft. Und der ist vielleicht vier, fünf, sechs Stunden, würde ich sagen, ne? Maximal. Und in dieser Zeit schafft es diese Dorothy Winter herauszufinden, wer Justus ist, also Jupiter ist, ihn als Gefahr zu identifizieren und eine Wanze in der Zentrale zu finden und dann eine Wanze anzubringen. Das ist eine ganz sportliche Leistung. Es stimmt. Aber hast du zu dem Zeitpunkt nicht erklärt, ob die Zentrale bei die drei jetzt so versteckt ist? Ich weiß nicht, wie es da aussieht. Nee, es könnte sein. Müssen wir mal unseren Experten fragen, Christian. Also, Christian, wenn du das hörst, ich gehe davon aus, dass du es hörst. Wenn du das hörst, schreib doch bitte mal in die Kommentare, wie das jetzt sich mit der Zentrale verhält bei den, die drei. Ja. Gut, im Endeffekt ist das dann auch die letzte richtige Szene, weil während dann Sly lacht, wird das Lachen immer hallender und schallender und man hat diese Raus-Waber-Frequenz und das Telefon klingelt wieder und wir sind wieder in der ersten Szene. Justus liegt im Bett, Peter ruft ihn an, hast du das Geschenk für Bob? Und Justus ist noch ein bisschen verballert, weil er halt verpennt hat oder, keine Ahnung, gerade erst aufgeweicht wurde und erzählt dann, ja, er weiß genau, wo der Schatz liegt, es kann nur ein Grab sein, wegen Gräber werden wieder zugemacht, ladi da und Peter weiß von nix und dann lachen sie sich alle ins Fäustchen und dann ist die Folge rum. Ja, und das, kommt das erste Klischee-Kochest hin oder das Fazit? Das Fazit natürlich. Okay. Möchtest du anfangen? Mein Fazit ist, ja, mein Fazit ist, die Folge hat ihre unrealistischen Punkte wie jede drei Fragezeichen oder die drei Folge, wie den Blitz oder der Wanze oder so, aber sie wäre eine durchschnittlich gute Folge gewesen, wenn nicht diese furchtbare, es ist nur eine Traumsache ist, weil es ist irgendwie ein Verbrechen gegen den Leser oder den Hörer, weil der Leser gibt dazu keine Bücher. Hört es ja, oder ja, auch in anderen Medien, ne? Ja. Du nimmst dir Zeit, um das zu hören oder zu lesen und dann ist es nur ein Traum, das heißt, es hat sozusagen alles gar nicht stattgefunden und es ist irgendwie total unbefriedigendes Ende immer. Das ist immer ein unbefriedigendes Ende, das heißt, der Hörer oder Leser geht im ersten Moment immer raus, äh, hätte ich mir das auch sparen können und das ist einfach nicht cool, oder? Ich weiß nicht, es wäre sehr lustig gewesen, hätte Bob denn unter der Dusche gestanden und er wäre dann aus der Dusche rausgekommen wie bei Dallas und wäre dann rausgekommen und sagt, Bobby, du bist ja gar nicht tot. Das war ja alles ein verrückter Traum. Wie bei Family Guy. Ich habe ganz komische Sachen geträumt. Können alle das Baby verstehen oder nur der Hund? Von was redest du da? Da gibt es auch so ein Family Guy Ende. Ja, das ist mein Fazit. Olaf? Ach, ja, das Ende hat mich auch verstört irgendwie, wo ich dann denke, hör, das ist jetzt, das ist ein Experiment gewesen, fand ich, was am Ende nicht ganz gut funktioniert, weil es halt einfach nicht so stilistisch reinpasst. Das ist ja auch schon, kommen wir nächstes Jahr darauf zu sprechen, muss man ja leider sagen, bei Hannes nächsten Geburtstag. Oder wenn ihr mal in eine Fragen, wenn alle Fans einfach mal sagen, dass wir mehr die drei Folgen wollen, dann könnten wir die auch öfter besprechen. Das können wir ab Folge 8 so gerne machen. Ansonsten, ja, es ist, äh, eine Clarissa Franklin Folge, finde ich tatsächlich. Ich würde mich jetzt so, je länger wir darüber gesprochen haben. aber ohne Clarissa Franklin ist halt so cool. So hat er aber einen ähnlichen Ansatz und ich würde sagen, da sind Fragmente sicherlich von der Franklin-Trilogie mit irgendwie eingeflossen in die Handlung. Sprecherleistung ist außerordentlich gut, finde ich, von allen Beteiligten. Ja, die haben da richtig was aufgefahren, finde ich, an Sprechern. Ja, und Reminiszenz an, an zum Beispiel den unsichtbaren Gegner oder beziehungsweise an, ähm, giftigen Gockel. Giftiger Gockel. Ja, weniger unsichtbare Gegner, ne? Habe ich mir nur eingebildet oder gewünscht. Was ich noch sagen wollte, ist, wenn das, die, das ist die Resterampe von der Franklin-Trilogie. Das ist das, was abgestitten wurde und da reingepackt wurde, Ja, aber so ein gängiges Thema, Bob ist irgendwie außergewöhnlich, äh, anders gelaunt als sonst, ähm, ja. Was ich sehr mag an der Folge ist, dass tatsächlich so mit den Rollenklischees der Dreieckung gespielt wird. Bob durchschaut alles, ähm, ne? Und, ähm, Also ein Fall wird abgelehnt. Das ist auch ein Novum, was eigentlich so in der ganzen Drei-Frage-Zeichen-Geschichte bisher noch nicht passiert ist, außer jetzt, dass Peter mal die Katze gesucht hat, irgendwie bei der flüsternden Mumie, aber ansonsten. Aber das hat sie ja gemacht, das hat er ja gemacht, er hat sie ja gesucht. Und hier ist es ja, wir übernehmen jeden Fall, ist ja die Drei-Frage-Zeichen. Bei den, die Drei wird halt entschieden, nee, der Fall ist blöd, den machen wir nicht. Ja, genau. Also, äh, dass da mit diesen ganzen Klischees gespielt wird, ähm, finde ich ganz interessant. Sprecherleistung ist super. Einige Perlen sind dabei, finde ich, und das Ende ist, könnte man halt irgendwie anders gestalten. Das hätte kein Traum sein müssen. Aber die Auflösung wäre dann wahrscheinlich komplizierter geworden. Nö, wäre sie doch auch nicht so komplizierter gewesen, weil die hätten ja alles genauso machen können. Und dann hätte, ähm, Ja, aber in dem Fall hätte doch denn, ähm, der, ähm, Sly hätte ja die Waffe gehabt und dann hätte jetzt wieder irgendwie jemand, ja. Die Waffe hatte Peter. Die Waffe hatte Peter. Und dann, ähm, hätte ja auch Sly sagen können, ich werde die Beute nie finden und Justus hätte sagen können, er weiß, wo sie ist, nach dem Motto, aber er verrät's halt nicht, weil, ähm, Tomlin und Dorothy Winter halt unlautere Mittel eingesetzt haben, um die zu bekommen. Ja. Das ist ein Motto. Das hätte man, das hätte man ohne Probleme aufdröseln können, meiner Meinung nach. Ja, mag sein. Also auf jeden Fall eine durchschnittliche Folge von der Serie, die drei. Also nicht, äh, eine, die einen umhaut. Also ich kann mich da eurem Fazit eigentlich gut anschließen. Ich mag so psychodelische Folgen nicht, ähm, die Clarissa Franklin Folgen sind halt deswegen cool, weil das halt natürlich auch Science Fiction ist mit dem Hypnose-Ding, aber es ist wenigstens noch möglicher als das, was wir jetzt da erlebt haben, dass du jemanden auf Droge setzt und dem dann irgendwelche Filmchen zeigst und der dann, das war alles ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Ich mag eigentlich so Folgen, ähm, so mit Hypnose, das hab ich ja schon ein paar Mal gesagt, das hätte man, wenn man das hier gemacht hätte, wär's halt nur das Gleiche gewesen, deswegen wurde hier in meinen Augen einfach immer ein bisschen was verändert, dann wurde noch so ein bisschen fadenscheinig das mit den Blitzen erklärt, dass man die halt braucht als Trigger oder so. Ähm, was ich mag an der, muss man eben nach, in the middle of the night haben wir vergessen zu erwähnen, das wird nochmal ganz kurz angespielt. Was ich mag, ist, ähm, tatsächlich die, die Sprache, die da benutzt wird, also die Dialoge sind teilweise echt witzig und cool gemacht. Ich mag auch das Ambiente, was mit dem, mit dem Gewitter erzeugt wird und ich find's auch schön, dass Bob Geburtstag hat, also solche Sachen halt einfach, weil das ist ja jetzt nicht so oft, dass man tatsächlich mal an einem Jubeltag von den Jungs dabei ist und jetzt wissen wir halt auch, okay, Bob hat anscheinend im Sommer Geburtstag. Ähm, ja, finde ich, fand ich sehr cool, das hat mir gefallen, die Traumauflösung finde ich auch blöd, da bin ich ganz bei Hannes, das macht das alles irgendwie obsolet. Unnötig. Ja, das ist halt alles so, haha, war ja gar nicht so, das finde ich nicht so cool. Wollen wir jetzt zu einer typischen Koeffizienten kommen? Das können wir gerne machen. Ich würde sagen, das Geburtstagskind fängt an und, äh, dann kommen Olaf und ich. Der Verstärker wird eingeschaltet, einmal zehn Punkte. Ja, es gibt Mathildas Türschtorte, nicht Kuchen, deswegen komme ich hier ins Stocken. Zehn Punkte gibt es. Außerdem wird in die supergeheime Zentrale eingebrochen, einmal 50 Punkte, wir wissen aber nicht wann und wie, aber es wird eingebrochen. Titus protzt mit seinen Muskeln, zehn Punkte. Dann geht's nämlich weiter, ähm, Peter hat Angst vor Übernatürlichem, natürlich hat er Angst vor der Dame mit den schwarzen Haaren im Haus, zehn Punkte. Sebastian? Ja. Peter wird nass, ich meine, im Endeffekt wird jeder nass, es regnet ja die ganze Zeit, aber bei Peter ist es wichtig, einmal zehn Punkte. Jupiter hat alles durchschaut, sagt aber nichts, 25 Punkte. Ähm, Jupiter verweist auf, äh, Inspektor Milton, das gibt fünf Punkte. Außerdem gibt's natürlich ein schönes, debiles Lachen am Ende, 20 Punkte. Die Folge endet mit einer Rückblende, 15 Punkte. Es gibt eine Autoverfolgungsjagd, äh, der Greisemann wird verfolgt, 15 Punkte. Außerdem hat der Greisemann, nee, der Greisemann ist der Einzige, der keine Waffe hat in dem Moment, ähm, aber der Bösewicht hat eine Waffe, nämlich Dorothy Winter, 20 Punkte. Peter überwältigt sie aber trotzdem, einmal 20 Punkte. Es gibt eine ganz krasse Anspielung auf die drei Fragezeichen, nämlich eben, du gefällst mir, Junge, einen, äh, einen Punkt geben wir dafür. Genau, das ist die Visitenkarte der drei, ist die Anspielung auf die drei Fragezeichen. Und es geht natürlich um ein verstecktes Diebesgut, nämlich drei Millionen Diamanten, 25 Punkte. Und damit kommen wir auf einen Gesamtklischee-Koeffizienten oder beziehungsweise einer typischen Koeffizienten von 251 Punkten. Tja. Das ist so eine durchschnittliche Folge. Gut, jetzt müssen wir die natürlich einordnen, nicht in die, in die normalen Folgen, sondern in die, ähm, in den Dreierkosten. In drei Folgen. Ja, die erste Folge hat ja Überlängen und war ja sehr, sehr bestückt mit, äh, typischen, äh, Szenen von, von die drei, oder drei Fragezeichen. Eigentlich ist das Ergebnis wertlos, weil die erste Folge hat Überlänge und die kann man nicht vergleichen und das ist sozusagen unser erster relevanter Messwert. Also, ob es eine typische Folge war, erfahrt ihr nächstes Jahr um dieselbe Zeit. Finde ich gut. So können wir verbleiben. Oder, oder es ist völlig egal, was der, ähm, na typisch Koeffizient so sagt. Könnte natürlich auch sein. Das war ganz anders als der Klischee-Koeffizient, der absolut bierernst zu nehmen ist. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber, ähm, es war schön mal über die Folge zu sprechen, weil ich hab die tatsächlich lange nicht mehr gehört. Also, die, ich hab einige Folgen, den Jahrhundertstein hab ich häufiger gehört und auch, ähm, Folge sieben, ah, das ist mir der Name gerade entfallen, der Kopflose Reiter, so heißt die, hab ich häufiger gehört, Worte zum Jenseits hab ich tatsächlich gar nicht mehr auf dem Schirpen gehabt. Das ging mir genauso. Aber schön mal wieder zu hören, ja. Ja, auf jeden Fall. Ich hab noch eine Überraschung für euch. Ach, komm her. Ein Quiz. Ach, ich dachte, es gibt ja ein Stück Kirschtorte oder sowas zu deinem Geburtstag. Nee, es gibt eine Quiz-Torte. Es gibt fünf Stücke einer Quiz-Torte. Aber warte mal, wir haben was vergessen. Hier, wir haben noch den Anrufbeantworter ganz vergessen. Stimmt, der blinkt auch die ganze Zeit so penetrant. Ja, das müssen wir noch mal eben hören. Warte mal, ich drück mal eben kurz. Ich finde, der blinkt auch ein bisschen wütend, oder? Ist das Licht kleiner als sonst? Nee, ist ein Morse-Zeichen. T O M Hm. Was das so heißt? Weiß ich nicht. Da klingelt nichts bei mir. Vielleicht ist es halt einfach das falsche Intervall. Vielleicht könnte das auch Omt sein oder so. Ja, drück mal einfach auf Start. Okay, ich drück mal eben drauf. Hallo Kollegen, hallo Hannes, alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Happy Birthday. Ich hoffe, ihr feiert schön ohne mich. Ich bin ja leider krankheitsbedingt verhindert. Aber ich dachte mir, ich nutze vielleicht trotzdem die Gelegenheit und spreche euch einfach mal mein Fazit auf den Anrufbeantworter. Also, diese D3-Folge mag ich tatsächlich. Je öfter ich sie höre, lieber. Ich weiß noch, als ich sie das erste Mal gehört habe, fand ich diese Das ist alles nur ein Traumauflösung. Ziemlich Dallas-mäßig, so Bobby Ewing war das, glaube ich, der dann unter der Dusche steht und sagt, nein, die ganze letzte Staffel hast du dir nur eingebildet. Und das ist eigentlich ein Kniff, der außerhalb von Futurama mit der Was-wäre-wenn-Maschine eigentlich nicht gut funktioniert und ziemlich lame ist. Hier, finde ich, aber gewinnt die Folge davon, dass man sie zweimal oder mehr verrührt. Wenn man sie das erste Mal hört, denkt man so, ja toll, es war alles nur geträumt. Wenn man sie ein zweites Mal hört und mal drauf achtet und das schon weiß, dass das alles nur ein Traum ist, dann, finde ich, ist das sehr subtil versteckt und da wird da sehr unterschwellig drauf angespielt. Vielleicht ist das jetzt auch meine Einbildung, so eine Wahrnehmung, weil ich ja nun weiß, dass es ein Traum ist, keine Ahnung. Aber letztendlich, wenn man mal drauf achtet, dann ist die Musik, als Justus auflegt am Anfang schon ein ziemliches Indiz, dass er wieder einschläft. Dann ist die Stimmwahl von Wolfgang Völz als Silvester Meisel. Auch, ich meine, der ist ja fürs Flunkern bekannt. Der ist ja entweder Ben Peck, der immer maßlos übertreibt, oder eben Captain Blaubeer, der Lügenbaron. Also auch eine Stimme, die schon sehr mysteriös klingt. Und dann ist einfach jeder in diesem Hörspiel immer super nett und zuvorkommend zu Justus. Jupiter, Entschuldigung, ich werde Justus sagen die ganze Zeit, weil es ist Justus. Also die sind immer alle total nett und zuvorkommend und ach, was für eine Ehre, dass du mich in meinem Geschäft besuchst und, und, und. Dann sagt Wolfgang Völz öfters Dinge, die sehr nach alten Rollen von ihm klingen, sowas wie, du gefällst mir, Junge. Ja, was er als Big Bunny Crown gesagt hat. Und letztendlich, wenn man mal drauf achtet, sind alle Dialoge extrem gestelzt, unnatürlich und alles klingt so, als hätte Justus es formuliert. Und wenn das jetzt Justus Traum ist, dann hat er das ja auch. Also alles in allem, beim ersten Hören dachte ich nur so, boah, es ist eine schlechte Folge. Gut, dass sie mit die drei aufgehört haben. Jetzt beim zweiten, dritten, vierten Hören ist die Handlung immer noch Schwachsinn, aber das soll sie ja sein. Es ist ja ein Traum. Und wenn man dann sich so mit diesem Wissen, dass es ein Traum ist, dann gefällt mir die Folge doch sehr gut. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Sprechen. Danke, dass ihr mein Fazit über den AB reinnehmt und das nächste Mal bin ich wieder dabei. Macht's gut. Interessant, was er sagt, ne? Ja, danke schön, Tom, für dein Fazit. Schade, dass du jetzt doch noch im Podcast warst. Nein, jetzt ist das Quiz eine Strafe und keine Freude mehr. Okay. Ich würde vermuten, dass Tom jetzt da wird. da ihr nur zu zweit seid, könnten wir es auch machen mit mehr schneller reagiert und es reinruft. Okay, wir können es ja mal probieren. Oh, warte mal, mein Hörner ist viel weiter als zu Sebastian. Ach ja, natürlich. So funktioniert nämlich das Internet. Yes. Frage Nummer eins. Wie heißt das Mordopfer im Krimi-Puzzle? Alter. Halleluja. Scheiße, ich habe mir das sogar aufgeschrieben. Ich lasse meine Notizen jetzt liegen, aber ich habe mir das aufgeschrieben. Warte mal eben, das war ein ganz witziger Name. Das ist ein Mr. Das stimmt schon mal. Drei, zwei, Mr. Garrett? Nein, Mr. Higgins. Ah, verdammt. Oh, von Magnum der, genau, deswegen. ja. Durch was fährt Silvesters Eisenbahn? Durch den Tunnel. Durch das Wohnzimmer. Ach, durch Täler. Nein. Was ist die Szenerie, durch die das fährt? Eine Wüstenlandschaft. Nein. Olaf? eine kleine Stadt ist es, ein Miniaturdorf mit Karussell und so, ne? Ah, stimmt. Es ist ein Jahrmarkt. Ja, aber Olaf hat es schon eigentlich. Ja, ich gehe Olaf den Punkt, weil ich heute mein Geburtstag und Thomas ist dabei. Ich erinnere mich, dass es kleine Häuser, Bäume waren und ein kleiner Jahrmarkt. Ja, okay, mit Karussellern. Nein, ist okay, ich finde auch, dass du den Punkt verdient hast. Wie heißt das China-Restaurant, wo Silvester den Glückstiegs bekommt? Link Pi, Link Pi, steht auch auf dem Cover drauf. Sebastian hat von dem, wie teuer ist Dorothys Winters Einkauf? Hier können wir eine Schätzfrage machen. Olaf, was schätzt du? Ah, ich weiß es sogar noch. 34 Euro waren das und ein paar Cent. Dann sag ich 34 Dollar. Was habe ich gesagt? Du hast gerade 34 Euro, Olaf, leider bist du aus. Und wie viel schätzt du, Sebastian? 34 Dollar. Das ist ein anderer Betrag. Das sind 34 Dollar. Kommt drum an. 2006 wurde das aufgenommen. Es könnte sein, dass da Euro und Dollar ziemlich gleich auf waren. Das ist egal, weil du gesagt hast, sind es 34 Euro, es stimmt nicht. Und die letzte Frage ist, wo verstecken sich Bob und Joop auf dem Friedhof? In einem Gebüsch. In welcher Gattung von Gebüsch? Ich habe keine Ahnung. Im ordinären Friedhofsfeilchen. Hibiskus war es, glaube ich. Ja, genau. Ehrlich? Dann ist es 2-2 ausgegangen, oder? Ja, das ist 2-2 ausgegangen. Und das finde ich, ja. Und Hibiskus habe ich einfach nur rausgehauen, weil das so ein typischer Strauch ist. Hast du das jetzt geraten? Ja. Nein, also ich habe das natürlich gehört, aber das hätte irgendwas anderes sein können. Alter Schwede, das ist mein selektives Hören. Pflanzen interessieren mich null, wenn ich sie nicht essen oder rauchen kann. Du, es gibt so ein paar Punkt, so ein paar Triggerpunkte, wo ich dann stolpere. Ja, okay. Also gut, Hibiskus. Ja, damit geht das Quiz-Fertil 2 aus. Das würde ich sehr freuen. Ist das keine Stechfrage? Oh, ehrlich? Das ist doch schön, Olaf. Ich habe keine Stechfrage vorbereitet. Das ist doch schön. Ja, okay. Ja, stimmt. Das ist besser als eine Niederlage. Damit kann ich leben. Genau. Mir fällt auch, oh, ich könnte noch eine Stechfrage. Habe ich doch noch. Wer war die Mörderin beim Krimi-Puzzle? Die Kellnerin im roten Kleid. Ja. So, Olaf, du hast verloren. Gut, okay. Das war dann meine Geburtstagsfolge. Ja, würde ich auch sagen. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke, dass ihr beide da wart. Danke, dass Tom zu Hause geblieben ist. Tom HDGDL, ne? Also komm wieder. Ich freue mich dann auf die nächsten Aufnahmen mit euch und natürlich auf die nächste Geburtstagsfolge im nächsten Jahr. Und wir sagen bis morgen. Schönen Advent für euch. Tschüss. Tschüss. Auch dieses Jahr haben wir wieder fantastische Preise bei unserem Adventskalender in der Verlosung. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schreibt unter diese oder eine der nächsten Kalendertürchen einen Kommentar und nimmt automatisch an der Verlosung teil. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. Wir verlosen fantastische Preise unter anderem von Winterzeit Audio, Titania Medien, vom Riva Verlag und auch von Sony Europa. Also einfach einen Kommentar schreiben unter dieser Folge und ihr seid mit dabei. Viel Erfolg und das war der Spezialgelagern. Nur die Kommentare auf spezialgelagern.de und bitte spammt uns nicht zu spezialgelagern oder ihr einen Kommentar geschrieben hat, ist automatisch bei der Verlosung von allen 24 Preisen mit dabei. Danke. Bis morgen. Dieser Podcast ist ein Hobbyprojekt und hat keine Verbindung zu Kosmos oder Europa. Wir danken Dr. Orgel, dass wir ihr Lied nicht kleinlich als unser Intro verwenden können und natürlich unserer Station Voice Heinz Kreinbaum. Ihr findet uns unter Instagram, Facebook, Twitter, unter Spezialgelagert oder bei YouTube als Spezialgelagerter Sonderpodcast über Spotify, Deezer und iTunes. Hinterlasst uns doch gerne einen Gruß auf unseren Anruf beantwortet. Die Telefonnummer lautet 0421 175 43 43 0.